Ach Wieso man da rüberkommt? Ich habe keine Ahnung wie man da rüberkommen soll. Ich kann es jetzt hier nur tausendmal versuchen, aber da bringt ja nichts. Ich kann es jetzt nicht. Es kommt nicht zuvor. Ich kann es nicht. Ja, dann muss ich mal mit meinem Bruder telefonieren, weil er weiß es bestimmt. Dann sag ich mal bis später.